Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Deadly Premonition Let's Plays. Ich bin Rektor Dean, ihr schaut wie Play Games for You. Ja, und dann müsst ihr jetzt eigentlich sehr bald der Dingens kommen. Wie viel haben wir? Kann man doch gar nicht sehen. Na, lassen wir ein kleines Recap laufen. Willkommen in Greenville. Ich bin der Sheriff, George Woodman. Nenn mich George. Es gibt definitiv etwas in dieser Stadt. Hast du es, Zach? Ich habe mich überrascht. Ja, ja, ich kann es fühlen. Kein Problem. Morgen. So. Müssen wir mal kurz gucken. Ich hoffe. Für das Spiel. Oh, nein. Ich erinnere mich. Das war ja dieses, ich habe Hunger und der Diner gibt mir nichts zu essen. Und die Fliegen fliegen immer noch bei uns. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Warum nur? Und wir können aber auch nicht kilometerweit durch die Gassen fahren. Weil, glaube ich, ziemlich bald jetzt die Dings losgeht. Das Treffen im Community Center. Hm. Wie machen wir das am besten? Das ist die Frage. Ich habe nämlich zu einem einen die Befürchtung, dass es im Community Zentrum dann gleich zur Sache geht. Wir dann am Ende kämpfen müssen. Und ohne Essen und so weiter ist das nicht so cool. Geht allerdings erst um 15 Uhr los, sehe ich gerade. Ich würde fast so weit gehen, erst nochmal ins Hotel zu fahren. Vorausgesetzt, wir finden überhaupt, wo das Hotel ist. Steigen wir mal ein. Wie sieht es hier mit Sprit aus und Co.? Ach, 90 Prozent. Okay, das ist in Ordnung. So, dann gehen wir mal die Karte angucken. Wie können wir denn draus zoomen? Okay, so. Ist schon ganz rausgezoomt. Wo ist dieses Hotel? Was ist das hier? Das ist George Woodman. Was macht der denn da? Okay, okay, okay. Was ist das hier? White Sports Farm. Seagernys House. Das ist hier irgendein... Was ist das hier? Furry 65. Was wird das sein? Uniper Farm. Wo ist das verdammte Hotel? Ja, das hier. Hier ist es nicht. Hallo Hotel. Können wir nicht ein Taxi rufen oder so? Was ist das hier? Lissanders Büro. Ist das? Die Milchbahn. Das Panda Bär. Ja, leg mich doch. Tankstelle. Was ist das hier? Umspannwerk. Keith's House. Das hier ist aber nicht das Hotel. Wir gucken. Vielleicht ist das das hier? Da ist es doch. Great Yard Hotel. Und ich glaube... Wir sind hier. Wir sind hier. Da müssen wir... Das bringt uns nichts. Das ist ein ganz schöner Umweg. Hier hochfahren. Oh, das ist gut. Das ist gut. Wir drehen jetzt quasi um. Fahren hier die Straße entlang. Dann den Bogen. Dann immer weiter. Und dann rechts. Alles klar. Das sollten wir noch schaffen. Rechtzeitig. Und wehe, wenn die nichts zu essen hat. Dann flippe ich aber aus, ey. Kamera wechseln. Das Interessante ist, auf der neuen Playstation läuft der Ton auch insgesamt, finde ich, ein bisschen besser. Komischerweise. Also hatte die andere PS3 doch tatsächlich so oder so einen kleinen Hau weg. So. Wir müssen uns unbedingt waschen. Es kann ja nicht sein, dass selbst ums Auto rum hier die fliegen sind. Nichts. Nichts. Nur meine Imagination. Okay, gut. Er erklärt seiner Einbildung, dass er nur eine Einbildung hatte. So weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Schnell ist es ein Reinigungsnotfall. Körperhygiene in Gefahr. Das schaffen wir. Wir können da was essen und schnell waschen. Und dann können wir wie ein normaler... Oh, scheiße. Wir sollten bremsen. Nein, nicht Handbremse. Okay, okay. Jetzt müsste irgendwo auf der linken Seite das Hotel auftauchen. Was mir persönlich sehr entgegen kommen würde. Auch wenn es riesig ist wahrscheinlich. Fahren wir mal hier von der Straße ab. Denn das müsste die Auffahrt zum Hotel sein. Oh je. Also Autofahren ist das grausam für hier. Ja. Stellen wir mal aus. So hört sich ein Motor an, wenn er ausgeschaltet wird. So und nicht anders. Kurz vorm Verrecken, das Ding. Ne, das will ich nicht. Will jetzt so laufen. Zack, zack, zack. Ja, tut mir leid. Wir stinken. Deswegen sind wir auch wieder zurück nach Hause. Unterwegs. Oh, nicht. Gibt es hier irgendwie was zu essen oder so. Wie kriegen wir hier was zu essen? Wir kriegen ja hier was zu essen. Hier hinten war glaube ich ein Mikrowellenofen. Mit nichts drinnen. Ja, das ist natürlich gut. Ich glaube unser Hotelzimmer ist hier hinten irgendwo. Das sieht doch gut aus hier. Hallo. So. Machen wir es mal auf. Ich glaube das ist unser Zimmer. Und? Ja, es ist das. Ab aufs Klo. Hier ist die Küche. Ich finde es ja immer ein bisschen ekelhaft, wenn das Klo neben der Küche ist. So, jetzt. Jetzt komm hier waschen. Rasierend waschen. Hoffentlich ist rasierend waschen. Na, die Fliegen sind im Moment noch da. Die sind immer noch da. Das kann es doch wohl nicht sein. Wie kriegen wir die scheiß Fliegen los? Oh Gott. Ja, ey komm, dann duschen wir doch mal. Hallo? Gesicht waschen geht, ne? Toilette muss er auch, ne? Ich will jetzt für mein Leben lang mit den Fliegenrunden rumrennen. Vielleicht andere Klamotten anziehen. Vielleicht haben wir da eine Möglichkeit. Das probieren wir jetzt aus. Vielleicht sind ja einfach nur die Klamotten dreckig. Das ist mit unserem Zeug. Hier. Genau, ziehen wir es bei denen an. Ja. Tatsache, ey. Kleider umwechseln hat geholfen. Gegen die Stinkefliegen. Sehr gut. Einfach mal andere Klamotten angezogen. Schon stinken wir nicht mehr. So muss das. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir irgendwie was gegen diese Essenssituation hinbekommen. Kann ja irgendwo nicht sein. Oh, sehr gut. Beides nur ein wenig. Ja, klar will ich die kaufen. Ja. Kaufen wir einfach mal alles raus. Oder kaufen wir da immer vier Stück auf einmal? Ich glaube, wir kaufen immer vier Stück auf einmal. Wollen wir noch ein paar Lutscher. Noch mal einen Lutscher und dann noch mal einen Cracker. Okay. Dann zurück. Würde ich sagen, dann essen wir doch mal was. Objekte. Du bist. In der Eisbühle. Oh, kein Latsch. Das muss ich sagen. Ich habe ein wenig größer zu Ende Oktober. Das muss ich sagen. Was ist mit der Erschlaste? Das war's. Und jetzt im Maxart. Kaufen wir jetzt wieder voll Lutscher. Weil nochmal will ich das nicht erleben, dass wir irgendwie am Hunger sterben. In Anführungszeichen. Ich meine, wir sind ja zum Glück nicht gestorben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas funktioniert. Das Gute ist, jetzt machen wir wenigstens keinen schlechten Eindruck dann bei dem großen Treffen. So, es müssen 20 sein. Das wollen wir nicht. Wie sieht es hier aus? Kaffee schwarz mit Milch. Kaufen wir so viel wir können. Können wir nicht mehr nehmen. Okay, und was damit? Kaffee mit Milch. Okay, können wir auch nicht. Okay, alles klar. Dann zurück. Dann würde ich sagen, großen Erfolg erzielt auf jeden Fall. Dann gucken wir mal, dass wir hier wieder rauskommen. Ab zum Auto. Irgendwie müssen wir nochmal eine Stunde totschlagen. Aber keine Ahnung wie. Ich glaube mehr als eine Stunde. Ja, also ich weiß auch nicht. Dann müssen wir mal schauen, was wir da genau machen. Vielleicht gibt es irgendwie Waffenladen oder so. Müsst du auch geben, dass wir eine coole Waffe kaufen können. Oder neue Klamotten oder sowas. Was war denn das? Verrückte Geräusche. Einmal, ich habe hier einen Haufen Autos, aus denen ich wählen kann, oder was? Nehmen wir mal den hier. Ich hoffe, dass der einigermaßen gut ist. Ja, genug Sprit hat er auf jeden Fall. Hier. Ja, 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 ja. Toller Wendekreis, ich weiß. Tolles Hotel. Er musste aus dem Automaten Essen kaufen. Boah, bremsen. Oh Gott, wie grausam. Bergab scheint man wirklich schneller zu fahren. Andererseits denke ich aber, das Auto ist nicht wirklich zum Schnellfahren gemacht. So, jetzt machen wir mal folgendes. Jetzt sind wir ja hier quasi. In der Stadt. Gucken wir doch mal, was wir hier eventuell cooles so organisieren können. Autorennen, damit habe ich nichts zu tun. Das ist schlichtweg Blödsinn hier. Mit der haben wir schon gesprochen. Annas Haus. Tobis McLean. Und hier beim Community Center sind viele Suspekte, ey. Sehr gut. Dann würde ich sagen, dann fahren wir doch da schon mal hin. Wenn da schon sich einige aufhalten. Oh, Moment. Ich glaube, wir müssen hier rum. Zack, bremsen. Zack, Gas geben. Bremsen. Gas geben. Ja, wir haben jetzt zwei Uhr. Schauen wir mal hier rum. Hier ist die Welt wenigstens noch in Ordnung. Da läutet die Glocke zur vollen Stunde. Vielleicht können wir noch die ein oder andere Unterhaltung dann hier führen. Aber halt, Moment. Ich muss gerade nochmals gucken. Gibt es da jetzt überhaupt einen Speicherpunkt? Ja, gibt es. Und zwar hinten oben. Wir steigen mal aus. Und rennen mal zum Speicherpunkt. Zack, ist es hier etwas, das Sie wollen? Ja, klar. Da sind wir doch. Wir werden auch ganz begeistert. Also hier hinten gibt es Polizeiautos, oder was? Wie viele Polizeiautos, die öffentliche Polizei hat. Das ist auch der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. So. Und hier hätten wir auch was zu essen holen können. Ja, super. Oh, Mann, Mann, Mann. Egal. So, dann würde ich sagen, dann speichern wir an der Stelle. Die ganze Verhörarbeit, die werden wir in der nächsten Folge leisten. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.